Hey Leute, hier habe ich euch jetzt die Sporotrix mitgebracht. Die Sporotrix ist eine Waffe, die schwankt irgendwo zwischen, die ist eigentlich ziemlich cool und stark, und absoluter Müll. Was mich persönlich am meisten bei dieser Waffe stört, ist dieses Scope. Schauen wir es uns gerade mal an. Der Punkt vom Zielfernrohr ist relativ weit unten. Der Aufbau vom Zielfernrohr kommt aber so rüber, für mich persönlich zumindest, als wäre der, also für mich persönlich müsste der Punkt ein guter Zentimeter weiter oben sein, damit das einigermaßen hinhaut. Das bedeutet, ich persönlich schieße relativ oft daneben, beziehungsweise mache keinen Headshot, weil ich versuche immer in die Mitte von dem Oval da zu zielen. Aber wie gesagt, der Punkt ist ein kleines Stück drunter, von daher für mich persönlich ist das ein Riesenproblem. Was diese Waffe mehr oder minder interessant macht, sind zwei Sachen. Zum einen, die Schüsse explodieren und machen Virusschaden. Das bedeutet Virusprox, das bedeutet, wir machen massivst mehr Schaden mit anderen Sachen. Gehe ich gleich drauf ein. Und die andere Sache, wir haben einen dreifachen Grid-Multiplikator. Gehen wir mal ein paar Millimeter nach oben, Grid-Chance 1%. Jetzt könnte man meinen, das taugt nichts. Man kann das Ding auf Grid modden, das ist kein Problem, das funktioniert. Man muss nur ein paar Sachen beachten. Zum einen, dass wir zum Beispiel einen Grid-Buff benutzen. Das bedeutet, sowas wie Arcana Resha würde funktionieren, Smeta-Buff, Adatsa-Buff, ja, das wären die, die mir jetzt auf Anhieb einfallen würden, oder halt Harrow. Gucken wir uns gerade mal Arcana Resha an. Bei Schaden bekommen wir flat 45% Grid-Chance drauf. Dazu kommen jetzt aber noch ein paar andere Sachen, die ich drin habe. Zum Beispiel, ich spiele mit drei Vigilant-Mods. Das bedeutet, ich habe eine 15%-Prozent-Chance, dass ein weißer Treffer gelb wird und ein gelber Treffer orange. Und schauen wir gerade mal auf den Grid-Multiplikator, den ich drin habe. 8,4. Ist schon ziemlich geil. Das Interessante bei dieser Waffe ist jetzt, wie gesagt, wir haben Virus-Prox, obwohl ich nicht auf Virus gemoddet habe. Aber ich habe 140%-Status-Chance und viel Schnittschaden. Bedeutet, die Virus-Prox von der Explosion erhöhen meine Schnitt-Prox. Und je nachdem reichen ein bis zwei Treffer aus, um so ein Level 180er Heavy-Gunner zu töten. Jetzt zeige ich euch das Ganze erstmal ohne Grid-Buff. Also, ich denke mal, man sieht hier schon, wie der Viralschaden schön die Schnitt-Prox gebufft hat. Und hier seht ihr es einfach, nach zweimal draufschießen ist der Gegner tot. Ist doch schon mal eine nette Sache. Jetzt habe ich keinen Viral-Prox gehabt. Also, man sieht schon mal, dass die Waffe nicht schlecht ist. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir die Waffe gut machen. Also jetzt holen wir uns noch den Arcana-Räscher-Effekt dazu, damit ich ein bisschen Grid-Chance habe. Ah, das war jetzt nichts. Also, wenn ich Glück habe, ist der Gegner dann halt schön One-Hit. Wobei ich jetzt gerade eine echte Pechstraße habe. Hier hat man es schön gesehen. Hier wieder. Also, die ersten paar Treffer waren wirklich Pech. Und ich denke, man sieht eigentlich, dass der Schaden... Hier war es jetzt sogar ein Orange-Grid. Man muss einfach nur ein bisschen Glück mit den Prox und mit den Grids haben. Und schon sind die Gegner eigentlich mehr oder minder nach einem Treffer tot. Der Grund, warum ich mich jetzt für so ein Bild entschieden habe, ist eigentlich vielseitig. Weil zum einen wollte ich mich wirklich auf den Schnittschaden fokussieren. Und ich denke, das ist mir gelungen. Zum anderen, um hier auf Grid zu gehen, müssen wir eigentlich nur einen zusätzlichen Mod reinmachen. Und das ist Scharfsinn. Ich meine, Hammerschuss hat Status-Chance. Wollen wir haben. Begabung, Status-Chance wollen wir haben. Die Vigilant-Mods, naja, Feuerrate wollen wir haben, Mehrfachschuss wollen wir haben. Und hier in Exilus, okay, da hätte man jetzt vielleicht noch Projektilgeschwindigkeit machen können, damit die Projektile schneller sind und wir ein bisschen mehr Reichweite haben. Aber ich finde, das bringt es nicht so wirklich. Von daher habe ich mich jetzt wirklich für diesen Bild entschieden. Und was interessant wäre, es kommen bald noch ein paar neue Schnittmods mit Status-Chance raus. Ich weiß jetzt nur nicht, ob die für Sekundär- oder Primärwaffe wären. Wenn die für Primär wären, dann würde ich den Schnittmod hier auch reinmachen. 90% Schnitt, 60% Status. Dann wäre ich knapp unter den 200% Status-Chance. Das bedeutet, die Chance ist nicht schlecht, dass ich zwei Schnittprox mit einem Treffer mache. Ich meine, die ist jetzt schon mehr als in Ordnung. Und alles in allem, ja, würde ich halt eben nicht viel an diesem Bild ändern. Zum Beispiel, ja gut, was könnte man noch ändern? Man könnte noch ein bisschen mehr auf Elementar gehen. Das bedeutet, ihr könntet die Schnittprox außer Acht lassen. Ihr könntet auf puren Schaden gehen. Das heißt, kleine Doppelmods rein. Korrosion zum Beispiel. Oder ihr könnt auch die großen reinmachen, weil die Basis-Status-Chance von 50% ist auch nicht verkehrt. Oder ihr macht nur einen von den Doppelmods rein. Und einen großen Mod. Also da könnt ihr ein bisschen rumspielen. Aber ich persönlich wollte halt mit dieser Waffe mal wirklich einen anderen Weg gehen. Und ich denke einfach, weil man so viel mit dem Smetakavit spielt und doch relativ oft den Crit-Chance-Buff hat, kann man doch einfach mal mitnehmen. Genauso habe ich jetzt eh in meinem Chroma die Arcanas geändert. Beziehungsweise ich habe jetzt Arcaner-Rächer da allgemein drin. Und von daher passt das eigentlich ganz gut. Mir persönlich gefällt diese Waffe, weil sie mal was anderes ist. Weil man sie ein bisschen anders moddet. Aber solange die nicht das Zielfernrohr verändern, werde ich persönlich diese Waffe vermutlich nicht spielen. Alles in allem wirklich ein starkes Ding. Ihr habt es ja gesehen, sobald man den Crit-Buff hat, haut das Ding richtig rein. Und ich kann euch nur mal empfehlen, das auszuprobieren. Wenn ihr jetzt aber nicht vorhabt, so eine Waffe zu spielen, die entweder auf Arcaner-Rächer angewiesen ist oder auf die Vigiland-Prox oder auf den Smeter-Buff, dann ist die Sporotrix vermutlich nichts für euch. Gut, ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.